Hier mache ich mich auf den Weg zum Tonstudio, Ballroom Studios. Jeden Morgen gab es eine Yoga-Session, aber die habe ich nicht gefilmt. Im Anschluss gab es ein kleines Meeting. Hier habe ich schon angefangen die ersten Tonaufnahmen zu machen von der jeweiligen Artistin. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht zuzugucken, weil das sehr interessant ist. Johannes hat mir währenddessen immer gezeigt, was er macht und wie er das macht. Hier durfte ich auch mal ein bisschen was schneiden am Ton. Dann gab es auch schon Mittagessen miteinander. Hier haben wir noch den Ton des jeweiligen Artistin bearbeitet. Das war mein Tag in Ballroom Studios.